Breking, Solingen brennt vor unglaublichem Skandal. Machen Sie sich auf Nachrichten gefasst, die die Stadt Solingen erschüttern und möglicherweise sie ebenso schockieren, wie sie die Bewohner hier schockiert haben. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, bei einem Ereignis, das von Respekt und Erinnerung an die Opfer geprägt sein sollte, geschah etwas völlig Unerwartetes und Unglaubliches. Eine Gruppe, die sich Großmütter gegen Rechts nennt, unterbrach einfach eine Schweigeminute. Das ist richtig, ein Moment des Nachdenkens und der Würdigung wurde abrupt abgebrochen. Und warum haben Sie das getan? Was hat diese Leute dazu gebracht, so zu handeln? Lassen Sie uns gemeinsam alle Details dieser unglaublichen Geschichte erkunden, und ich möchte wissen, was denken Sie darüber? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie dort wären? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar, denn dies ist einer dieser Momente, in denen wir nachdenken und reden müssen. Alles begann damit, dass ein Mann aus Solingen, dessen Identität aus Sicherheitsgründen gewahrt bleibt, beschloss, seine Stimme zu erheben und zu erzählen, was gestern und heute wirklich passiert ist. Er war nicht nur mutig, sondern er beschrieb jeden Moment klar und deutlich. Zunächst ist es wichtig, diesem Mann dafür zu danken, dass er den Mut hatte, über das zu sprechen, was er gesehen hat. Aber gleichzeitig bleibt die Frage, warum sollte sich jemand so gezwungen fühlen, eine Schweigeminute zu Ehren der Opfer zu unterbrechen? Gestern war ein Tag, den Solingen so schnell nicht vergessen wird. Der berühmte Politiker Olaf Scholz kam in die Stadt und hielt eine Rede, die nach Aussage der Anwesenden die Menschen beunruhigte, ja sogar wütend machte. Was hat er gesagt, um so viel Aufregung zu verursachen? Bevor ich fortfahre, frage ich, haben Sie die Rede von Scholz gesehen? Was hast du gedacht? Vergessen Sie nicht, Ihre Meinung mitzuteilen. Die Wahrheit ist, dass Scholz' Rede so kontrovers war, dass er selbst in den sozialen Medien scharf kritisiert wurde. Auf Twitter beispielsweise wurde sein Beitrag zu diesem Vorfall in Solingen mit zusätzlichem Kontext versehen. Wenn Sie sich fragen, was das bedeutet, handelt es sich im Grunde genommen um eine Warnung, dass etwas in dem Beitrag nicht korrekt ist und andere Benutzer das Bedürfnis verspürt haben, die Situation zu korrigieren oder zu klären. Denken Sie jetzt mit mir nach, ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass ein einfacher zusätzlicher Kontext so viele Kontroversen auslösen könnte? Was hat Scholz so falsch gesagt, dass Twitter diese Maßnahme ergriffen hat? Es ist etwas, worüber man nachdenken sollte, und auch hier bin ich gespannt auf Ihre Meinung dazu. Zurück zu dem, was in Solingen passierte, der Vorfall endete hier nicht. Neben der unterbrochenen Schweigeminute erfuhren wir, dass sich die Proteste nicht auf diese einzelne Aktion beschränkten. Die Gruppe Großmütter gegen rechts und andere linke Demonstranten waren anwesend, einige von ihnen hielten sogar eine Mahnwache zur Unterstützung des Täters ab. Genau das haben Sie gelesen. Der Täter, nicht die Opfer. Ich gestehe, dass dies selbst für mich, der es gewohnt ist, wirkungsvolle Geschichten zu berichten, ein Schock war. Und für dich? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in der Lage dieser Menschen wären, die nur versuchen, Tribut zu zollen? Auch hier möchte ich in den Kommentaren von Ihnen hören. Haben Sie schon einmal von dieser Gruppe gehört, den Großmüttern gegen rechts? Sie behaupten, für eine Edelsache zu kämpfen, die Ihrer Meinung nach von großer Bedeutung ist. In den Statuten des Vereins heißt es sogar, er sei politisch unabhängig und neutral. Aber ist das wahr? Wie können diese Maßnahmen neutral sein, wenn Sie eindeutig eine politische Agenda haben? Hier ist eine weitere Frage an Sie. Glauben Sie, dass diese Gruppe wirklich unabhängig ist oder verfolgt sie eine versteckte politische Agenda? Halten Sie es außerdem für fair, eine Oppositionsgruppe zu gründen, etwa Gupers gegen die Linke? Dies ist eine Idee, die unter einigen Leuten im Umlauf ist, und ich bin gespannt, was Sie darüber denken. Hinterlassen Sie Ihren Kommentar. Bekommt die Gruppe Großmütter gegen rechts, übrigens öffentliche Mittel? Das ist etwas, was ich noch nicht bestätigen konnte, aber ich behalte es im Auge. Und du, was denkst du? Sollten wir untersuchen, ob diese Gruppe mit unseren Steuergeldern finanziert wird? Sagen Sie mir, was Sie denken, denn dies ist ein Thema, das uns alle betrifft. Die Geschichte dieses Mannes aus Solingen geht noch weiter. Er beschrieb eine Situation, die ich persönlich bis heute schockierend finde. Das Merkwürdigste? Fast niemand hat das gemeldet. Aus Gründen der Sicherheit und des Respekts kann ich den Namen des Mannes und den genauen Stadtteil Solingens, in dem dies passiert ist, natürlich nicht verraten. Aber was er uns erzählt hat, ist unglaublich. Ich möchte etwas sagen, dem Sie vielleicht zustimmen, manchmal fühlt es sich an, als würden wir in einer Welt leben, in der Respekt und Anstand verloren gegangen sind. Spüren Sie das auch? Ich würde gerne wissen, was Sie von dieser Situation halten. Inmitten all dieses Chaos erlebte Olaf Scholz auch seinen Moment der Peinlichkeit in den sozialen Medien. Sein Twitter-Beitrag, der eigentlich eine einfache Aussage sein sollte, wurde zu einer Quelle der Peinlichkeit, als zusätzlicher Kontext hinzugefügt wurde. Und das Schlimmste? Scholz selbst schien den Ernst der Lage nicht zu verstehen. Er schlug vor, das Gesetz zum Gebrauch von Messern zu verschärfen, was, seien wir ehrlich, bereits illegal ist. Klingt wie ein Witz, nicht wahr? Denken Sie auch, dass unsere Politiker manchmal Lösungen für Probleme vorschlagen, die bereits gelöst sein sollten? Es scheint, dass wir in einem Kreislauf aus leeren Vorschlägen und späten Lösungen leben. Aber was das Ganze noch absurder macht, ist die Tatsache, dass einige unserer Politiker zwar völlig realitätsfern zu sein scheinen, die wahre Gefahr jedoch weiterhin lauert. Scholz und andere Mitglieder seiner Partei warnen oft vor den Gefahren von rechts, ignorieren aber die Gefahren aus anderen Richtungen völlig. Was denken Sie? Konzentrieren wir unsere Bemühungen auf die richtigen Stellen? Das sind Themen, die diskutiert werden müssen. Jetzt werde ich etwas mitteilen, das sie ebenso verunsichern könnte wie mich. Am selben Tag, an dem Scholz Solingen besuchte und seine berühmte Rede zum Thema Wut hielt, geschah etwas noch überraschenderes. Stellen Sie sich eine Gruppe von Menschen mittleren Alters, zwischen 50 und 60 Jahren, vor, die sich versammelt haben, um eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer einzulegen. Was ein Moment der Besinnung und des Respekts hätte sein sollen, wurde abrupt von zwei Großmittern gegen rechts unterbrochen, die mit Pfiffen und Schreien die Stille auf laute und verstörende Weise durchbrachen. Jemand versuchte sogar, um Ruhe zu bitten, aber es war vergebens. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie in einem solchen Moment anwesend wären? Ich persönlich war schockiert, diese Geschichte zu hören. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Art und Weise, wie soziale Netzwerke die öffentliche Debatte beeinflussen. Das Hinzufügen von Kontext zu den Twitter-Beiträgen von Scholz ist ein klares Beispiel dafür, wie digitale Plattformen die Art und Weise prägen, wie wir Ereignisse sehen und interpretieren. Vertrauen Sie den Informationen, die Sie in den sozialen Medien sehen? Oder glauben Sie, dass es viele Manipulationen und Fehlinformationen gibt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, denn die Art und Weise, wie wir Nachrichten konsumieren, verändert sich und es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Abschließend möchte ich Sie mit einer letzten Überlegung verlassen. Am Tag des Vorfalls ging es nicht nur um das Vorgehen von Scholz oder den Großmüttern gegen rechts. Es ging um etwas Größeres, etwas, das uns alle berührt, Respekt vor den Opfern und die Minute der Stille. Wir fangen gerade erst an, diese Geschichte aufzuklären, und ihre Teilnahme ist unerlässlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.